Ich komme zu Tagesordnungspunkt 10, Nachwahl eines Mitglieds des Landesjugendhilfeausschusses. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches wählt der Landtag 6 in der Jugendhilfe erfahrene Personen als Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses. Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 im § 6 Abs. 3 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches ist für jedes Mitglied ein stellvertretendes Mitglied vorzusehen. Frau Abg. Lena Arnoldt verzichtet mit Ablauf des 20. November 2017 auf ihre Mitgliedschaft im Landesjugendhilfeausschuss. Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU mit Drucksache 19 Drucksache 19, Drucksache 19, liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Der Wahl durch Handzeichen wird nicht widersprochen. Wir kommen also zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit stelle ich fest, dass Frau Abg. Birgit Heidlann als Mitglied in den Landesjugendhilfeausschuss gewählt worden ist. Das war es echt. Woher ist das.